So, hier haben wir jetzt unser Steak, was wir wunderbar gebraten haben. Ich habe es jetzt aus dem Ofen geholt, angeschnitten, so dass ihr das sehen könnt. Was für ein Glanz, was für ein Saft. Gleichmäßig rosa gebraten. Hier das schöne Grillmuster von der Grillpfanne und hier dieser unglaubliche Glanz. Heiliger Strohsack, das wird schmecken. Guten Appetit, bis zum nächsten Video.